In Teil 1 haben wir bereits Katta und Tim kennengelernt. Beide wurden einander für eine Gruppenarbeit zugeteilt. In diesem Rahmen kommt es zu einem Konflikt. Katta ist die Gruppenarbeit sehr wichtig, Tim dagegen möchte sie einfach nur hinter sich bringen. In diesem Teil schauen wir uns Katas Perspektive genauer an. Wir gehen ihren Urprozess durch und erkunden gemeinsam, welches Bedürfnis ihrer Seite des Konfliktes zugrunde liegt. Katta ist sehr engagiert, mag das Fach gerne und ist bereit viel in die Gruppenarbeit zu investieren. Ihr macht das Thema Spaß, sie möchte bei der LV-Leiterin eventuell ihre Bachelorarbeit schreiben und sich daher mit ihr gutstellen. Sie strebt eine 1 an, um ihren guten Schnitt beizubehalten. Sie ist eine sehr fleißige und motivierte Studierende, wohnt in der Stadt und ist regelmäßig an der Uni. Katta trifft für die Gruppenarbeit auf Tim. Tim verfolgt komplett andere Ziele als Katta. Dadurch kommt es zum Konflikt. Katta sieht sich selbst im Recht, ihre Wahrnehmung verengt sich und sie sieht die Schuld eindeutig bei Tim. Dadurch verhärtet sich ihre Position und sie ist nicht mehr in der Lage, Tim zu verstehen. Wir werden nun Katas Perspektive, ihre Sichtweise, Gefühle und Bedürfnisse entlang des U-Prozesses erforschen. Im dritten Teil des MOOCs lernen wir Tims Sichtweise kennen, bevor es dann im letzten MOOC um Handlungsoptionen über Einkunft und Umsetzung gehen wird. Für die Sichtweise befinden wir uns noch übersehen. Hier geht es darum zu erkunden, wie Katta die Situation aus ihrer Perspektive wahrnimmt. Was passiert in ihren Augen? Das Seminar und ein guter Abschluss sind für Katta sehr wichtig. Sie möchte unbedingt eine gute Note für ihren Schnitt, um später einen guten Job zu bekommen. Außerdem möchte sie die Seminarleiterin begeistern, um ihre Bachelorarbeit bei ihr schreiben zu können. Das Fach macht ihr großen Spaß und sie ist sehr motiviert, auch viel vom Stopfen mitzunehmen. Sie hat sich bereits ausgiebig mit dem Thema der Gruppenarbeit beschäftigt und Literatur dazu gelesen. Sie möchte eine tolle Präsentation vorbereiten und eine gute Arbeit darüber abgeben. Sie wünscht sich einen Partner, der ähnlich motiviert ist wie sie. Das Fach ist doch wirklich spannend. Tim ist aber eher eine Last als eine Unterstützung. Über alles muss man mit ihm diskutieren und nichts möchte er absprechen. Alles muss Katta alleine tun und auf ihn ist überhaupt kein Verlass. Deadlines werden nicht eingehalten, Tim möchte alles auf dem letzten Drücke erledigen und nie hat er Lust und Zeit, sich mit Katta zu treffen. Wie soll da etwas aus dem Referat werden? Sie interpretiert Tims Verhalten als Faulheit und Respektlosigkeit. Sie fühlt sich von ihm nicht ernst genommen. Sie hat keine Kontrolle über die Situation und befürchtet das Schlimmste. Sie ist abhängig von Tim und seiner Leistung und daher verzweifelt. Alles in letzter Minute zu erledigen, kommt für sie nicht in Frage. Zu häufig hat sie schon die Erfahrung gemacht, dass dann etwas schief geht und der Stress viel zu groß ist. Und dann steht sie dumm da und kennt sich bei der Präsentation überhaupt nicht aus. Um Katta jetzt besser zu verstehen, tauchen wir unter Wasser, zu ihren Gefühlen und Bedürfnissen. Diese liegen, wie bereits beschrieben, oft nicht sichtbar an der Oberfläche, sondern versteckt. Eine Konfliktlösung ist meistens nur über den Zugang zu den Gefühlen und Bedürfnissen möglich. Dieser Zugang ist aber oftmals in Konfliktsituationen besonders schwierig und ähnelt ein wenig dem Sprung ins kalte Wasser. Um die Gefühle zu erkunden, fragen wir danach, wie es der Person mit der Situation geht. Bei den Gefühlen unterscheiden wir zwischen Reaktions- und Schmerzgefühlen. Reaktionsgefühle sind bei Katta vor allem Wut und Ärger. Sie fühlt sich frustriert und hat keine Kontrolle über die Situation. Tims Verhalten provoziert sie und lässt sie laut werden. Tim hat überhaupt kein Verständnis für ihre Situation. Das macht sie wütend. Gleichzeitig fühlt sich aber auch in Ohnmacht. Sie muss sich auf ihn verlassen können und das kann sie nicht. Schmerzgefühle könnten demnach Enttäuschung und Verzweiflung sein. Sie fühlt eine Ungerechtigkeit. Außerdem erzeugt die Situation für sie großen Druck und belastet sie nachhaltig. Gefühle spiegeln oftmals die Erfüllung oder Frustration unserer Bedürfnisse wider. Um diese zu erkunden, fragen wir danach, was die Person in der Situation gerade braucht und was hinter den Gefühlen liegt. Worin ist die Person aktuell frustriert? Was wünscht sie sich gerade? Katta hat in der Situation ein großes Bedürfnis nach Kompetenz. Sie möchte zeigen, wie gut sie vorbereitet ist und wie groß ihr Interesse ist. Außerdem möchte sie für ihre Leistung eine gute Note erhalten. Sie möchte also von der Seminarleitung Anerkennung und Würdigung bekommen. Indem sie jetzt in der Leistung von Tim abhängig ist, ist ihr Bedürfnis nach Kompetenz sehr stark frustriert. Sie möchte die Situation abschätzen können und durch rechtzeitige Deadlines die Kontrolle zurückerlangen. Von Tim wünscht sie sich zunächst Verständnis, gleichzeitig strebt sie aber nach Gerechtigkeit und Fairness für ihre individuelle Leistung. Da sie momentan hauptsächlich an der Seminararbeit beteiligt ist, möchte sie, dass sich auch Tim dort einbringt. Sicherlich lassen sich bei Katta noch weitere Gefühle und Bedürfnisse finden. Notiere deine Gedanken dazu.